Wer ist eigentlich, was sind konservative Linke? Gibt jetzt Leute, die sagen, konservative Linke, gibt's gar nicht, sondern das sind traditionalistische Linke. Scheißegal, Traditionalismus ist das gleiche wie konservativ sein. Also, das ist eine Blödsinnsunterscheidung, man möchte sich einfach nur nicht konservativ nennen. Sie haben inhaltliche Überschreinungen mit allen drei Gruppen, sie sind ein Amalgam des anti-linken Kulturkampfs. Also sie sind ein Amalgam, eine Art Mischung aus... Wir sind ein Amalgam. Also jetzt bin ich mal gespannt, woraus wir bestehen. Also jetzt seid gespannt auf Natans Debatte. ...diesem anti-vokistischen Kulturkampf. Sie möchten den Sozialstaat erhalten und verbessern und den Mindestlohn erhöhen sowie Kapital stärker besteuern, das ist eigentlich eine linke Forderung. Jedoch gibt es eine völkische Betrachtung der Sozialforderungen. Das heißt, sie fordern das nicht universalistisch, wie es eigentlich Linke tun, sondern sie fordern das nur für bestimmte Gruppen. Und sie sind auch bereit, andere gesellschaftliche Gruppen, die eigentlich in ihrer Klasse sind, dafür unter den Brust zu werfen. Also das ist das Einzige, was sie an linken Forderungen haben. Die sind aber auch nicht so wirklich links, weil sie eben dieser Einschränkung unterliegen. Gesellschaft... Ja, völkisch, what the fuck? Wenn du Einwandgrund begreifen willst, wenn du nicht sagst no nations, no borders, das Kapital soll alle Menschen hierher holen dürfen, wenn du das will, wenn du unser Land nicht in so eine neoliberale Dystopie wie Kanada verwandeln willst, tja, dann bist du völkisch. Also, komplett irre. Also da braucht man kein sachliches Argument gegenzubringen. Das ist einfach... Auf dieser Ebene argumentieren Walkisten. Sie versuchen einen in die rechtsextreme Ecke zu rücken, wenn man Forderungen hatte, die über die längste Zeit alle linken Parteien immer hatten. Das war Ewigkeiten eine Forderung der SPD, dass man die Zuwanderung beschränkt, weil darunter vor allem die einfachen Leute zu leiden haben. Wir sind die engsten Verbündeten der Rechtsextremen. Ja, weil wir eure Ideologie verachten. Also wir sind nicht die größten Verbündeten der Rechtsextremen, die, wie gesagt, wirtschaftliche Relevanz haben und in der Platzhalterdebatte so gut wie gar nicht vorkommen. Anderes Thema, sondern wir verachten euch einfach und wir greifen halt die meisten Leute ab, die eher links denken. Die meisten Leute, die mit der aktuellen Politik nicht zufrieden sind, die meisten Leute, die sich Umverteilung wünschen. Die werden von uns abgegriffen und diese Leute würdet ihr gerne erreichen. Deswegen bekämpft ihr uns mit am härtesten. Deswegen kommt ihr mit solchen absurden Vorwürfen einer völkisch und rechtsextremen und sonst in irgendeinem Schwachsinn. Als wünschenswertes Ziel ihres eigenen Lebens steht über den Rechten und Bedürfnissen von Minderheiten. Das ist konservativ bis rechtsextrem. Je nachdem, wie es ausfällt. Ja, wir sind konservativ bis rechtsextrem. Und ich will Hitler an die Macht bringen. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr regelmäßig Neid anschaut. Also wer nicht der walking Ideologie folgt, der ist rechtsextrem. Außenpolitisch sind sie teils sogar rechter als die Konservativen und oft auf Linie mit den Rechtsextremen. Beispielsweise nehmen sie in Kauf, dass die Ukraine vernichtet wird, damit Energie auf dem deutschen Markt vermeintet wird. Dumm soll es noch werden. Also, die Position des BSWs in der Ukraine, dass man da einen Kompromissreden schließt. Dass man dort die russische Position und die westliche Position am Verhandlungstisch löst und dafür nicht mehr hunderttausende Menschen sterbt. Und die staatliche Existenz der Ukraine, einer neutralen Ukraine, also einer wesentlich autonomeren Ukraine, als sie als westliche Halbkolonie wäre, erhalten wird. Also, wir fordern mehr Autonomie für die Ukraine und nicht weniger und das Herstellen einer Friedenslösung. Also, aktuell verbessert sich die russische Verhandlungsposition jeden Monat. Das heißt, je länger man mit Verhandlungen wartet, desto schlechter wird es für die Ukraine aussehen. Und Neid dann macht jetzt raus, ja, die sind rechtsextrem, weil sie die Ukraine vernichten wollen. Also, das sagt der Typ, der auf der Seite von ukrainischen Faschisten, der auf der Seite von Azov steht. Also, Azov, deren, also, das Azov-Bataillon beziehungsweise Azov-Regiment, beziehungsweise jetzt die dritte Sturmbrigade der ukrainischen Armee, hat sich immer wieder umbenannt, jetzt ist es in die ukrainische Armee eingegliedert, deren ehemaliger Chef Ron Beletsky hat vom, wartet, finalen Kreuzzug aller weißen Rassen gegen das semitische Untermenschentum geschrieben. Also, das ist die Rhetorik, die der ehemalige Chef von Azov, beziehungsweise der Chef von Azov fährt. Der saß übrigens auch im ukrainischen Parlament für Poroschenkos Partei. Also, der ist bestens vernetzt im ukrainischen Establishment. Das ist nicht irgendein Outlaw, das ist, der ist wirklich gut vernetzt in der ukrainischen Politik. Oder, habe ich gerade Ron Beletsky gesagt? André Beletsky hieß der. Sorry, sorry. Da hatte ich mich gerade vertan. Aber das ist da die Rhetorik, die von solchen Leuten gefahren wird, auf deren Seite Neidland steht. Und Leute, die das kritisieren, die sagen, müssen wir dann Leute, die Bandera feiern, jetzt mit Waffen beliefern? Vor allem, das Pentagon hat jüngst festgestellt, dass es bei 59 Prozent der Waffen keine Ahnung hat, was mit denen passiert ist. Kann man jetzt nur spekulieren, aber die werden wohl auf den Schwarzen Märkten dieser Welt auftauchen, oder? Die haben sich dann diese rechtsextremen Milizen irgendwo beiseite gelegt für eventuell den kommenden Bürgerkrieg oder so. Weiß man nicht, weiß man nicht. Wie gesagt, 59 Prozent der Waffen unaufwendbar. Es gibt übrigens ein Interview mit Dimitri Jarosch, dem Führer von C14. Das ist so eine, ja, die Jugendorganisation von Svoboda. Und der hat gesagt, wir haben, nur die britische Armee hat mehr Javelin-Raketen als wir. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommen modernste westliche Javelin-Raketen zu einer Neonazi-Kampftruppe? Könnte man sich fragen, wenn man tatsächlich Antifaschist wäre. Aber nein, also Erwin sagt ja immer, das, was man selber macht, nämlich hier mit rechtsextremen Zusammenarbeiten mit den ukrainischen Faschisten, das unterstellt man dann dem Gegner. Also das ist so irre. Und ja, die Walkisten, die wollen hier, die stehen hier auf Seiten des westlichen Imperialismus, die wollen die deutsche Bevölkerung dafür leiden lassen, durch hohe Energiepreise, dass die USA uns hier ihr Fracking-Gas verkaufen können und unser Land deindustrialisiert wird. Also sie machen Aktivpolitik gegen die Mehrheit der Bevölkerung zugunsten der geostrategischen Interessen der USA. Das lässt sich ziemlich leicht sagen. Also ja, was. Und wenn man das dann kritisiert, diese Haltung, die ich hier gerade skizziert habe, dann ist man rechtsextrem. Meint, ich günstiger wird. Sie gucken auf ihren eigenen Teller und sagen hier, ich will, dass meine Energie günstiger wird. Ich will, dass Putin mir wieder mein Gas liefert und dafür soll die Ukraine verrecken. Sie glauben, dass mit einer extrem repressiven Migrationspolitik die Situation für deutsche Arbeiter verbessert wird. Auch das ist konservativ bis rechtsextrem. Also wo man dann sagt, die Migranten können ruhig an der Grenze zurückgeschlagen werden und wir können eine sehr repressive Migrationspolitik machen. Hauptsache den deutschen Arbeiter geht's dann besser. Auch das ist ein Scheinargument für eine Scheinlösung. Was all diese Punkte gemein haben, sind radikale Bestrebungen, die eigene Situation zu verbessern, ohne Solidaritätsgedanken oder Verantwortung für andere Gruppen. Das heißt, die konservativen Linken haben auch ein neoliberales Fundament. Sie gucken auf sich als Individuum und wollen für sich als Individuum vermeintlich das meiste, wenn sie ihre Politik durchziehen. Also der Mann, der hier gerade eben für eine Wirtschaftspolitik, die nur US-amerikanischen Interessen nutzt, die unser Land industrialisiert und die Bevölkerung verarbeitet hat, der bezeichnet Leute, die das dann kritisieren, als neoliberal bis rechtsextrem. Ja, dass die Freiheit des Produktionsfaktors Arbeit seit jeher eine neoliberale Forderung ist und auch eine der Grundlagen der europäischen Verträge und des europäischen Binnenmarktes und das vor allem dem europäischen Kapital nützt, vor allem dem westeuropäischen Kapital, wird hier auch getrost weggelassen, denn wer dagegen ist, dass Menschen halt eine Verschiebemasse sind, die je nach den Interessen der großen Industrie hin und her verschoben werden kann, der ist konservativ bis rechtsextrem. Was soll man dazu sagen? Diese Leute sind unsere Feinde, sie hassen uns, sie wollen uns aus dem Diskurs ausschließen und diffamieren uns als rechtsextremen. Allein in dieser Folie hier dreimal und immer wenn diese Leute über andere reden, dann meinen sie eigentlich sich selber. Also wie gesagt, in der Ukraine arbeiten sie mit Rechtsextremen zusammen, sie arbeiten mit Neoliberalen zusammen, sie verfolgen eine im Kern neoliberale Ideologie und sie sind die liberale Degenerationserscheinung, die in den USA vom Tiefenstaat, von der CIA, von großen Thinktanks, vom Finanzkapital gepusht wurde. Sie sind das, was sie uns hier vorwerfen. Sie setzen, wird das Gegenteil passieren, aber sie glauben nicht so recht daran. Also es ist auch ein neoliberales Fundament, kein Solidaritätsgedanke, keine Verantwortung übernehmen und ja. Das heißt, für mich wäre die treffendere Bezeichnung Anti-Linke als besondere Form des Rechtspopulismus. Für mich sind das... Okay, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr rechtspopulistisch, sondern nur noch nicht mehr rechtsextrem, sondern nur noch Anti-Links und rechtspopulistisch. Das ist ja schon mal... Outlaw fragt gerade, oder er schreibt gerade, sie wissen, wie kacke sie sind, also behaupten sie einfach, die Gegner sind genauso wie sie, um ein Feindbild zu schaffen. Ja, exakt. Erwin stellt das ja jedes Mal fest und das müssen wir gerade auch wieder feststellen, das, was sie selbst machen, werfen sie einfach dem Gegner vor und denken, sie hätten ein Argument. Also das ist so dumm. Keine konservativen oder traditionalistischen Linken, sondern es sind Rechtspopulisten, weil sie Rechtspopulismus machen. Und da sie sich ja selber als Anti-Voke bezeichnen und Vogue, der das gleiche bedeutet wie Links, finde ich den Begriff Anti-Linke relativ treffend für diese Gruppe. Und ja, gut, ist klar, was passiert. Die nennen uns Pseudo-Linke, jetzt nennen wir die Anti-Linke. Lustig, aber wir haben halt Argumente dafür und die nicht. Entscheidet selbst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wer hat die besseren Argumente. Also wir vertreten halt tatsächlich linke Inhalte, intersektional, gesellschaftlich, wirtschaftlich, auf allen Ebenen linken Inhalte, während die Anti-Linken tatsächlich nur nur einen kleinen Ausschnitt an linken Forderungen vertreten und ansonsten nur auf ihren eigenen Teller gucken. Sie sind da neoliberal, konservativ bis rechtsextrem. Je nach Betrachtung, je nach Gruppe. Natürlich auch individuell verschieden, denn da gibt es auch ganz viele verschiedene Charaktere, wie in allen diesen Gruppen. Deswegen sage ich ja, ich arbeite hier mit stark Forderungen. Ihr habt es doch gerade gehört. Links ist, wenn ihr vollkommen freie, unregulierte Märkte habt, wo beispielsweise Arbeiter vom einen Teil der Welt in den anderen geschoben werden. Also weil gerade einer im Chat gefragt hat, was ist links? Was ist jetzt neuerdings links? Also dass das Großkapital entscheiden kann, wo brauchen wir gerade Arbeiter, da schieben wir sie hin. Völlig egal, was das für die Gesellschaft bedeutet. Völlig egal, was das für die dortigen Arbeiter bedeutet. Das ist jetzt laut Neid an links. Und wer was anderes fordert, der ist konservativ bis rechtsextrem. Also wenn man so schnell rechtsextrem ist wie hier, also wir sind ja auch in drei Punkten rechtsextrem, dann ja, verstehe ich jetzt langsam, wo er die ganzen Rechtsextremen aufgetan hat. Er bezeichnet einfach jeden Gegner, der etwas anderes denkt als er, als rechtsextrem. Oder Fascho, Outlaw schreibt es gerade. Outlaw wurde von ihm ja auch schon als Fascho bezeichnet. Ja, das ist die Argumentationslinie dieser Leute. Ja. Einfach ein Modell. Muss ich aber, weil anders kann ich systematische Zusammenhänge nicht zeigen. So, Fazit. Was ist der Kern der Platzhalterdebatte? Man kann nicht mehr gegen Veränderung argumentieren, also argumentiert man gegen die Art und Weise, wie Veränderung gefordert wird und verhindert Veränderung so durch die Hintertür. Ich kann nicht mehr sagen, ich will nicht, dass Homosexuelle gleichgestellt werden. Ich will nicht, dass Transmenschen... Jetzt wiederholt ihr den ganzen Schwachsinn nochmal. Also nee, das geht mir jetzt zu weit. Darauf habe ich auch keine Lust mehr. Also wirklich, irgendwo reicht es auch mal. Wie gesagt, wenn ihr den Vortrag bekommen wollt, dann schreibt mir gerne, dann schicke ich euch den. Das ist absolut kein Problem. Das ist absolut kein Problem. Dann schicke ich euch den einfach auf Discord oder auf Twitter zu. Ich muss irgendwie an die Taube auf dem Schachfeld denken. Absolut. 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 Dazu kann man nichts mehr sagen. Also das reicht jetzt an Murkenschwachsinn für heute. ich ist das jetzt S Jesus bet